Dann setz ihn hier auf die Schiene. Okay, okay, okay. Drei, zwei, eins. BAM! Der guckt aber irgendwie in die falsche Richtung. Ja, je nachdem wie du die Schiene losfahren lässt, guckt er in die richtige Richtung. Ist das ein Monstrum? Und jetzt lass ich ihn losfahren und dann tut er den Hauptbahnhof von hinten planieren.